Hallo Rö und herzlich willkommen zur 56. Folge von Dies Nes Collection. In dieser Folge trete ich gegen einen meiner ärgsten Rivalen in puncto Sport an. LÖRA! Hier versuchen wir uns an dem NES Spiel Volleyball. Wie sie den Ball besteigt. Du wirst sehen, was ich meine. Du nimmst Thun unten? Achso, ich nehm nicht Thun, ich nehm Deutschland. Nicht? Okay, dann nehm ich... Ich nehm Korea. Haben wir jetzt ganz asiatisch. Hast du vorher schon informiert, welches die beste Mannschaft ist? Ja, klar. Sehr gut. So, ich nehm den Ball in die Hand. Den? Ja, genau das. Auf A macht sie nichts. Genau das meine ich. Dann hätten wir die Männer nehmen müssen. Machen die das auch? Machen die das auch? Machen die nach oben drücken oder was? Ich nehm den Ball. Oh, okay. Okay, ich hab ihn ja wieder. Lalalala, er geht schon rüber. Was? Was? Cool. Hast du nicht gesehen, ne? So, ich hab jetzt Angabe. Zack. Mit A. Oh, ist er raus? Womit soll ich denn mit A? Mit A? Ich hab mal mit A angenommen. Toll. Okay, wir probieren es nochmal. Kann ich springen hier? Ne, weiß ich nicht. Ja doch, ich kann mit B springen. Alles klar. Pritschen! Uschi! Mach doch nicht so n... Uschi, hast du nicht Japan? Achso, ist ein japanischer Name. Okay. Ja, U-S-H-I. Ah. Uschi. Ich verstehe. Ja, Mäuschen. Pritschen! Alter, da reinzukommen dauert ein bisschen, glaube ich. Ey, das muss ja punktgenau... Willst du vielleicht deine Spieler wechseln? Brauchst du Mila? Ich glaub du brauchst Mila. Ja, Tornadoangriff. Ballonattacke. Komm schon, komm schon. Yes, und jetzt... Ja, okay. Wieso? Die sollte springen und schmettern. Das hätt' jetzt auch gern... Ja! Lauf, auf, auf. Wenn geht... Alter, ich weiß noch nie, wann ich gerade... Okay, okay, okay. Ihr sollt' das hier vorbereiten. Pritschen und überhaupt. Ja, wollt' denn hoch? Und? Block! Block! Hallo? Wollt' denn auch? Aber machen sie nicht. Roms... Warum war da gefiffen? War wohl auf dem Boden? Okay. Ich hab' keine Scheiß. Ich versuch' noch ein B-A-M-Sign, wenn's geht. B! Oh, ich denk' dann nämlich krieg' ich die oberen. Nein, dann krieg' ich die... Ja, du hast irgendwie keine Kontrolle darüber, welche Spieler du spielst. Piu! Äh, dem? Ist mir hingefallen. Oh, nein. Oh, toll! Dritte Berührung jetzt. Bist du denn gesprungen? Ja, verkackt. Ja, weil ich... Die nächste Berührung wär' die vierte gewesen. Wie bist du denn gesprungen? Mit B. Nee. Ein Ass. Ein Arsch. Nee, das ist Player 2. Ja, das Spiel ist doch scheiße. Oh, der ist raus in der Nähe. Also, hallo. Der ist sowas von raus. Das ist dein Spiel wird auch kleiner als meins. Ich hab' kleinere Spieler. Ah, danke schon. Oh, richtig gut. Das Spiel ist ein Fest. Außerdem hab' ich doch die Japaner. Da muss doch wieder mit drin sein, oder... Vielleicht sitzt sie auf der Ersatzbank. Oh, man! Ah, hab' ihn noch angespielt, ist ja doof. Kann's knicken. Ah! Ah! Boah, hast du den gesehen? Schmetterball! Mois denn? Hm! Das war ein Schmetterball! Hast du den gesehen? Voll gut! Was war das denn? Allein ich steuere die dreiein, es springt die Oberup, wo der Ball gradmiddich ist. Das ist, äh, irgendwie... Okay, nach vorne, nach vorne! Äh, die hat schon ganz blöd die Nase, weil die hier auch schon hingefallen ist. Lauf, 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 lauf! Nein, lauf da! Warum? Das frag' ich mich auch. Kann ich eigentlich so eine Sprungangabe machen? Hab' ich doch auch schon versucht mit B und so. Schade. Die darf auch nicht zweimal in Folge, wieso steuere ich da... Ach, ich steuere sonst immer die mittlere und die untere und jetzt steuere ich plötzlich die mittlere und die oberen. Ich wundere mich vom Tier unter sich nicht bewegt, das ist doch... Voll gut! Leck mich! Am... Was weiß ich, ey... Das herzustellen? So, jetzt hier rüber, einfach nur rüber. Perfekt! Ja, wackeln noch ein bisschen mit dem Arsch. Büb? Okay. Ich akzeptiere. Nein, ich nicht. Das ganze Spiel aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Tatsächlich die Superspike V-Ball, einen Tacken besser. Ja. Wie's King of the Beach? Schwierst wahrscheinlich zu zweit, ne? Kenne ich gar nicht. Vielleicht. Och, ma... Ja, hattest ihr dann ein Ende? 15? Komm, hier, jetzt. Weiß ich nicht. Ja, bitte. Fünf Gewinnsätze? Ist das euer Ernst? Das glaube ich jetzt nicht. Doch. So. Und... Das war kein Schmetterball. Nein, das hab ich gesehen. Blocken! Okay, dann nicht. Schmettern ist auch... Und jetzt funktioniert irgendwie gar nicht. Wenn man nicht ein Schmetterball gesehen. Wow! Da muss ich mir ja gar keine Mühe geben. Nee, irgendwie nicht. Blocken! Okay, dann nicht. Lohnt sich auch nicht. Oh ja, gut. Gut gemacht. Äh, nur für dich. Danke. Das dauert sich eben noch länger. Hm, aber gern. Ja, ja, ja. Wer von euch denn... Nee, du nicht, du darfst doch nicht. Ja, erst mal orientieren wie ein Stolz. So, was machen wir? Direkt rüber? Nein, okay. Echt, das ist egal, wo ich hinziehe. Das steht immer deiner Down. Meine Nasen müssen mal auf. Ne? Ach, die oberen, natürlich. Ich hab grad herausgefunden, wie man schmettert. Ach. Wie denn? Indem du mit B springst und mit B schlägst. Ach so, ich hab mein BA versucht. Ich auch. Das hab ich jetzt grade versehentlich nicht. Hm. Ich probier's gleich nochmal. Siehst du, ich kann nicht stehenbleiben einfach auf A smashen wie du. Ich smash auch nicht. Ich drücke mit, äh... Das glaub ich nicht. Mhm. Tatsächlich fünf Sätze. Mhm. Den hab ich den. Wuhu, yeah! Gut. Aha. Wackel, wackel, wackel. Oh, 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 oh. Oh, toll. Was? Ja. Annehmen bevor er aufkommt. Ist nicht wie beim Tennis hier. Verdammt. Ach, der geht schon rüber? Okay. Hm! Ich... Hm! So, was machen wir jetzt? Nur das Beste. Mittels? Blocken! Wow! Ich hätte es nicht verraten dürfen, glaub ich. Das war der Hammer. Könnte ein Fehler gewesen sein. So, hier jetzt. Jetzt! Ja, stimmt. Ist jetzt geblockt. Pfff, 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 pfff. So, jetzt hier, Peng. Oh, Wal. Yes! Kinder, zack die Geräte, franzig. Ich mache so wenig Punkte, aber die seid geil. Wer von euch hier, du, ja super. Oh, ist noch drin, ist noch heiß, ist noch heiß, ja. Komm schon, Pritsche. Muschi, 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 Muschi! 1987 hätte ich das Spiel auch gerne bleiben dürfen. Oh, bitte. Blocken! Gott. Das guckt eh keiner, ey, so langweilig, wie das ist. Ich hätte schon jetzt abgeschaltet. Oh Gott. Habe ich geblockt oder ging der so böse ins Netz? Ich ging, das ist ein Netz, ey, und keine Gummimand. Ja, das war Wolliwann angespielt, bis neun, ey. Ja, tschüss, Lerö. Willst du kein drittes Set? Keinen dritten Satz? Na, weiß nicht, es werden ja fünf, jetzt würde ich ja anfangen, sonst nicht Platz zu machen. Ich dachte, du möchtest auch was für deinen Kanal rein. Dann schneide ich das hier jetzt, weil ich jetzt verliere. Oh, ich habe ihn bekommen? Ja, schmettern bitte, schmettern, alles andere wird nicht akzeptiert. Feigling. Weißt du, ich mache wenigstens irgendwas. Nicht nur du, ja, einfach auf sichern mit, ah, hier, toll, voll spannend. Was? Klar. Ist nicht so dein, sah? Ich möchte nicht mehr. Ich möchte, weiß ich nicht. Ich möchte mal, ja, Mann. Der war sogar drin. Ich glaube es auch. Ja, komm. Ah, ich sehe schon, es ist, äh, mach einfach. Okay, ich mache einfach. Kann sein, dass ich gleich den Controller dabei ist und danach dich. Oh, ich habe es getroffen. Ich will gar nicht zerbissen werden. Gut, dass ich meine Videos zusammenschneide. Wieso springt denn die Tante jetzt? Das möchte ich auch gerne verstehen. Könnte ich einfach alle gleichzeitig springen? Hier bei meinem Dreierblock springt auch nur eine. Du kannst, die, die pritscht, will dann auch schmettern oder was? Das ist total beknackt. Das ist ja auch regelwidrig. Ja, die ist total doof, ey. Die ist voll drauf, die alte. Ja, mach das mit. Ah. Ich habe nagesmacht wie eine besetzte Sau. Hier, ich schmetter jetzt für dich. Nur für dich. Na bitte. So, eins. Scheiße. Dann sind wir für die nicht anders aus, als bei mir. Ich bin noch gar nicht so weit gekommen zum Schmettern, weil ich probiere es noch mal. Gib noch mal rüber. Danke. Genau, nicht drauf. Da liegen aber zwischen mir. Das ist so zum... Ja, der andere tust sie. Siehst du mal, wie schön das ist? Das ist ein Fest. Eins. Zwei. So, jetzt du. Ah, beweg dich. Ja, siehste. Was machst du bitte bei der Angabe, dass das immer zwischen meinen Leuten fliegt und nicht auf dir... Laute drauf. Ich mache tatsächlich gar nichts. Ach, läd mich. Ich warte ab, dann kommt der Ball. Ich drücke auf A und nehme ihn an. Achso, weil ich war ab und ich war mit dem Kreuz die ganze Zeit. Achso, entweder drückst du nicht aufs Kreuz, was ein zusätzlicher Aufwand ist. Weil du mit dem Kreuz bestimmst, zu welchen der sechs Spieler dich anspiele, oder wie? Ich habe keine Ahnung, du. Voll gut. Eins. Zwei. Und jetzt irgendwer. Hier, du zum Beispiel. Alleine auch, dass die Tante da oben springt. Und nicht die mittlere. Hier, jetzt. Ja! Und es springt wieder die obere, statt die direkt davor, die hier ist. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Oh, der Ball ist da hinten. Ja, dann springe ich mal hier vorne. Ja. Und die anderen, wenn ich springe, ich kriege noch einen Ball ins Gesicht. Ah, sowas kann aber wehtun. Yeah. Der Schiedsrichter hinten kackt schon, siehst du das? Oh ja, gut. Gut. Könnt ihr so machen, aber dann ist es halt scheiße. Schmetter, die Scheiße. Oh, was ist denn hier los? Ja, versuch nochmal. Okay, wir probieren es nochmal. Ich dachte eigentlich da nochmal. Irgendwann kann ich ihn rüber. Ja, okay. Gut, 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 gut. Was? Ja, wo nicht anders. Aber nochmal genau so. Komm, 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 komm. Eins, zwei. Und jetzt du schmetter die Scheiße ins Netz. Und gib den anderen einen Punkt. Das ist okay. Okay. Shoutout-Tut-Sixi-Nein. Entschuldigung. Lauf, 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 lauf. Was? Jetzt holt ihr auf, was ist los? Lass es uns bei zwei Sätzen belassen. Du hast das Video eh beendet. Hab schon abmoderiert, ne? Ja. Du kannst ja da den Schnitt machen und das so hochladen. Ich lade meinen Sieg hoch. Welchen Sieg? Du kriegst keinen. Blocken! Wieso läuft denn die Ohren? Widerstand, die Ohren. So, jetzt sind wir wieder dran. Einfach A-hämmern. Trum. Man weiß es nicht. Die wissen es selber nicht. Niemand weiß das. Nintendo weiß es auch nicht. Wackel, wackel, wackel. Okay, ja, ja, ja. Jetzt du? Nein, geht aufs Netz. Das Netz spielt mit. Hä? Was? 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 Was denn? Was passiert? Ja. Das weiß niemand. Okay. Danke fürs mitspielen. Tja, vielleicht sollst du dich doch immer mal bewegen. Ach, verdammte Axt. So. Hier, nimm an, irgendwer, wer spielt denn mit? Keiner von euch. Okay. Kann man mit Select irgendwas machen? Nö. Hat die den Strap-On? Ja, BOMM! Was? Oh, meine Stimme. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Du. Und jetzt. Du. Und jetzt. Du. Oh, fack doch auf. Schmetter! Ins Netz! Sehr gut! Nintendo World Cup? Müssten wir nicht eigentlich auch tacklen können? Wo ist das Tor zum Enker? Wow. Ich bitte dich. Sehr gut gemacht. Du. Nein. Doch. Ach, wieso kriegst du denn alles immer? Du meschst einfach nur, weil sie dich gezielt anspielen, ne? Ja. Ah, versuch was wert. Bums. Du, ja, nimm noch, nimm. Jetzt, jetzt du meinetwegen. Okay, dann halt nicht. Nimmst du? Du musst doch die Namen sagen, weil du weißt keiner, wer gemeint ist da. Die heißen alle du. Achso. Ja. War das noch drin? Der war drin. Ach, scheiße, das war schon der Satzball. Ist das zu fassen? Wir belassen es bei drei Sätzen, oder? warum springt er die obere das ist okay aber erst mal motzen ja klar so jetzt ja 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 gut 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 und dann halt nicht ja wer spielt mit aber das viel zu früh wo waren der ball ja dann auf deiner seite das wundert mich auch computer sagt aber nein ein computer sagt nein man das ist mein punkt ist weil sie auch nicht so gerne action und annehmen er springt die untere ok ach scheiße das ist zu langsam zu langsam du so langsam du du so langsam alles gut ich habe nichts gesagt aber hier ist alles super so die große aufholjagd jetzt schmutz ihr müsst nur noch elf punkte machen ganz easy nur noch zehn punkte machen ganz easy was machen wir jetzt annehmen mal nicht so träge ich glaube das passiert alles zufällig irgendwie nach vorne vielleicht damit dumme dumme crew wer von euch du nein okay dann nicht dort ist die die im aus war und die beim ball stand aber keine von beiden fühlte sich irgendwie verantwortlich okay du auch nicht gut wer springt die ohre ein schmetterball par excellence ja der erste schmetterball der war gar nicht mal so schnell und dann hast man schmetter warum ich habe übrigens eine zeit lang volleball tatsächlich auch relativ aktiv geguckt nein doch nie von dem frauenvolleyball bei uns ach was ja so ein hallen ja genau dabei geht nach unten dann steuert er die obere tante bitte ich kann sagen sondern so ein kleiner ortsverein kleiner ortsverein erstligist ach so ok volleball ist halt bloß nicht so groß wie fußball das stimmt wohl ist im gleichen art und zuck eine ziemlich familiäre atmosphäre irgendwo fast was bei den wenigen zuschauern die da sind weiß ich lass es 500.000 leute sein irgendwie also nicht 500.000 sondern 500 bis 1000 ich kann jetzt gerade nur drauf die spielerinnen werden gerne als schmetterlinge bezeichnet er will es noch mal wissen ok mädels reißt euch am riemen wer springt macht du so und jetzt schmettern hier sehr gut du ich nummeriere die glaube ich durch 0 ich wollte die untere er holt noch mal auf ich kann im fünften satz nicht gebrauchen das verkraftet mein armes herz macht nicht einmal das was du möchtest so satzball jetzt ne matchball wo wer 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 kommt sicher nach vorne ach du bist auch eine flitzpiepe ja von dahinten schmetter ich doch nicht bin ich verrückt nach vorne nach vorne kommen da können wir schmettern wir schmettern ich bin einfach kurz vor gewinn und jetzt nicht mehr was ich so nicht so das war es mit der ruhe selbst jetzt wieder hoffnung gekriegt von 14 7 auf 14 13 hoch ist hart ok so bitte tanzt ein bisschen wickel wickel ist das twist oder was bestimmt ja mädels den sieg habe da eigentlich nicht verdient nee aber okay die hätten das als alle irgendwie keine ahnung drückensträger gesteckt werden müssen es war trotzdem witzig nicht das beste volleballspiel nein nein aber es ist denke ich das erste volleballspiel für nes behaupte ich mal okay also von 1986-87 mag das ok gewesen sein ich glaube es hat mich damals schon nicht wirklich geflasht ich würde es heute nicht mal wieder auspacken obwohl es ein ich sag mal relativ solides spiel ist in anführungsstrichen ja also es ist nicht schlecht aber es ist auch nicht gut man kann es für zwischendurch mal auspacken und spielen und dann sagen ja alles klar wir haben volleball gespielt möchtest du abmoderieren ich moderiere ab ich danke euch fürs zusehen ich danke dir fürs mitspielen und ich sag tschüss Lerö bis neulich